Sie hat Disziplin. Jennifer Aniston verriet, dass sie sich in Vorbereitung auf ihre Rolle als Stripperin in ihrer neuen Komödie Wir sind die Millers auf eine strikte Diät gesetzt hat. Die 44-Jährige erzählte in einem Interview, wie sie sich noch besser in Form brachte. Aniston sagte, dass sie sich selbst eine strenge Diät von Gemüse, mageren Proteinen und Kohl verschrieben hat. Aber sie konnte dennoch nicht umhin, hier und da ein paar Schummelmahlzeiten zur Belohnung einzuschieben. Naja, nicht ganz. Die Schauspielerin meinte, wenn sie sich mal gehen lässt, dann isst sie Kohlchips. Nicht gerade etwas, was wir als Schummeln bezeichnen würden. Wie auch immer, der Hollywoodstar zeigt so einige Sinnen-Sexy-Szenen und sie musste sicher gehen, dass ihre knappe Garderobe verstärkt war, damit keine ihrer Vorzüge einfach so herausrutschen. Sie trug zwei BHs und einen String und zwei Paar Unterhosen. Justin Therows Verlobte fragte sich aber trotzdem, wie das irgendetwas schützen sollte. Jennifer Aniston schwört jedenfalls auf Kohl.